Die Teuerung hat nicht nur die geringsten Einkommensbezieherinnen fest im Griff, sondern auch den Mittelstand erreicht. Mit der Wiener Energieunterstützung Plus bekommen all jene eine Hilfe, die sie jetzt benötigen und nachhaltige Investitionen in Innovation ermöglichen einen baldigen Ausstieg aus Öl und Gas. Wien gibt Kraft. SPI Wien, die Wien-Partei.